Ich gehe jetzt zur staatlichen Krankenversorgung, um endlich zu erfahren, was ich genau benötige, um eine Krankenversicherung in Kroatien abzuschließen. Im Steueramt konnte ich leider keine Informationen mehr bekommen und eine Erfahrung bringen, was ich genau dazu benötige und ich hoffe, dass ich jetzt endgültig Gewissheit bekomme. Ich war gerade beim Amt für eine staatliche Krankenversorgung und konnte endlich meine endgültige Informationen für eine Krankenversorgung in Kroatien erhalten. Ich habe eine kurzfristige Lösung gefunden und eine längerfristige Lösung für eine Krankenversicherung in Kroatien. Ich bin zufrieden, weil ich endgültig jetzt konkrete Informationen erhalten habe und ich denke, in Kroatien ist es sehr wichtig, wie überall, aber vielleicht noch etwas mehr, dass man die richtige Person auftritt und dahinter steht und hartnäckig bleibt, um die benötigte Informationen zu bekommen. Ich sehe jetzt Licht am Ende des Tunnels und bin zufrieden. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.